Ja, der junge Mann, dessen Maske größer ist als sein Gesicht. Bitteschön. Wenn jemand kein Muslim ist und er macht eine gute Tat, wird sie von ihm angenommen? Nein. Denn die Grundlage für die Annahme der Taten ist der Islam. Aber wenn ein Nicht-Muslim gute Taten in dieser Welt macht, wird Allah ihm auch Gutes in der Dunja geben. Zum Beispiel, er wird ihm mehr Riss geben oder er wird ihm zwei, drei schöne Dinge in der Dunja geben, aber im Jenseits hat er keinen Anteil. Wallahu ta'ala, a'la wa a'la. Bitteschön.